Hallo Leute, ich kriege heute nicht wirklich gutes Licht hin. Ich habe hier sonst was ausprobiert. Es ist schon 0.45 Uhr und ich bin hier wieder in meinem geliebten Badezimmer. Und ich kriege das hier nicht mit dem Licht, ich sehe irgendwie mal bescheuert aus. Jetzt habe ich mir gerade so eine tolle Tiffany-Lampe geholt. So eine ganz tolle, die habe ich mal von QVC bestellt. Die hat so einen ganz tollen Engel hier drauf. Ohne die, sie leuchtet immer noch, ohne die sehe ich so aus. Und mit ihr immerhin ein bisschen heller. Aber es ist nicht wirklich toll. Tja, muss es heute mal so geliebten. Ein Fehlgrund meines Videos ist, dass ich mir einen neuen Nagellack gekauft habe. Und zwar hat mir die Farbe gleich super zugesagt. Und zwar ist es von Catrice. Das ist ein Pink. Der hat so Gold schon mal mit drin. Kann man das ein bisschen erkennen? Ja, ich denke mal ein bisschen schon. Und der heißt 150 Bixbänder Wanted. Kann man vielleicht ein bisschen lesen. Und den habe ich jetzt schon seit zwei Tagen auf den Nägeln. Und der gefiel mir so gut, dass ich heute zum Shoppen ein Amo danach gestaltet habe. Kann man das denn erkennen? Da habe ich einmal das Gold und Pink. Ich bin mir ja mal nicht sicher, ob man das erkennen kann. Da mache ich mir mal eine tolle Lampe aus. Ja, jetzt geht's. Gold und Pink. Wie meine Nägel. Ja, jetzt sieht man es. Ja. So bin ich heute durch die Gegend gelaufen. Und zwar habe ich mir ein schönes Heiztuch gekauft. Das zeige ich auch in einem anderen Video. Und dazu habe ich heute schwarz-pink an. Ist nichts Tolles, aber immerhin. Das Outfit zeige ich euch jetzt. So, nun einmal mein Outfit. So sieht es auf. Eigentlich nicht wirklich spektakulär. Ich trage ein pinkes Leo-Tuch. Das habe ich mal von C&A gekauft. Für 7 Euro, glaube ich. Das ist mariale schwarz-pink. Und dann habe ich eine Hotpants-Hose an. Und eine knallpinke Stumpfhose. Und Haus-Schuhe. Meine Schuhe habe ich schon wieder im Schuhschrank. Das waren schwarze Glitzer-Ballorien, das ich dazu anhatte. Ja. Sonst habe ich eigentlich nur noch meinen Eisbecher um. Von Swarovski. Den sieht man aber nicht unter dem Schal. Sonst habe ich so ein Blümchen hier im Haar. Und ja. Das war's schon. Und so bin ich heute als Winkel-Lasch in der Stadt. Schwarz-Gold-Pink. Tschüss. Hallo. Dieses Licht ist absolute Scheiße. Siehst du meinen Nagellack? Ich glaube nicht. Und sonst habe ich heute Hawaii-Outfit. Und tschüss. Und zwar wollte ich euch einmal zeigen. Ich habe meine Nägel lackiert. In so einem ganz tollen Pink-Gold-Pink. Das sieht man auch mal wieder nicht so schön. Oh. Wird ja immer schlimmer. Also ich habe meine Nägel lackiert. Hm. Videos machen nachts ist blöd. Und das habe ich mit ihm. Was soll das Scheiße?